so ok jetzt bin ich soweit freunde der sonne es geht los wir starten das spiel wer jetzt da ist ist da der hat glück und wenn nicht da ist ist auch nicht hier nein ich habe da noch nicht gesehen so mr tequila ich nehme dich mal wieder als schaunzeck ja jetzt wieder liebe vortäuschen ja klar kuss kuss bis dank auf jeden fall noch dicker dicker so neues spiel jetzt geht's los ich brauchte ich dann noch mal sound checken habe ich schon gesagt so story mode ich will nur spielen kein spaziergang ich sterbe ich sterbe gerne ich sterbe gerne alter albtraum ich verdiene eine strafe ja easy wir machen albtraum na du keks was geht juhu outless outless 2 enthält schwere gewalt blut sexuelle und kraftausdrücke lol noch mal noch mal leute noch mal outless 2 enthält schwere gewalt blut sexuelle inhalte und kraftausdrücke und dann am ende so viel spaß wie geil ist das dann der damon girl a.k.a au no hi hi down viel spaß habe ich da meinen namen gelesen ich glaube ja keks so ich mache nur kurz lauter nochmal für mich finde es ein bisschen leise gerade sagt mir bescheid wenn es für euch auch zu leise ist ich habe mal die gleiche lautstärke wie bei mir gemacht so also los geht der ganze sheet keksi der einzige wahre kick ach ja und dikspa ist aktiv also leute an alle die jetzt da sind dikspa ist aktiv sollen wir gleich paar crates verlosen ausrufezeichen hs was heißt das die den geheimnisvollen mord einer schwankeren frauen tödlichen arizona untersucht du bist blake langer mann ihr ehemann assistent und kameramann nimmt alles auf sei die pfamper solltet ihr schrecken dieser entgegen begeben rennt weg versteckt oder sterbt lol oder stirbt ok ok kann man mal machen hs aus z z es ist gut ihr schrecken Okay, okay. Oh, nein, nein, ich meine, ich habe schon über Jessica Grey, von als wir als Kind waren. Oh ja, ich habe noch nie gedacht, dass sie in einigen Jahren. Hey, wir sind jetzt über die Reservation Land. Du hast gesagt, ich suche eine Art von Faktoren? Ja. Wir können aber hier nichts zu sehen. Das ist so hefty, dass ich nicht so. All die Merküri in der Frau, sie musste, zumindest eine Dekade aus der Industrie aus einer sehr schweren Industrie. Wenn du so sagst, Mann, du hast die Zeit gekauft. Wir müssen eine Intro, während wir hier sind. Produktion-Value? Klar. Ich habe meinen Diaphram mit diesem Ding aufgelöst. Audio wird scheiße sein. Wir müssen... Was zur Hölle? Hölle! Sorry about that. Mein Kanal ist ein bisschen soft, aber wir sind gut. Das war spannend. Entschuldigung? 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 Ja, wir sind gut. Hum. Hum. Red leather, yellow leather. Red leather, yellow leather. Havasupai. 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 Okay. Ich bin Lynn Langerman. Hier für NewsTomorrow.net. Wir fliegen über die Havasupai-Indien-Reservation in Central Arizona in search of the origins of murder victims. Hey Lynn, I don't think you should say murdered. We don't know that. Oh, I'll say she strangled herself to death. It's what the police report says. We may play this before the doctor interviews. If this falls in the first 30, we need to get the word murder in there. We should probably mention the fetus too. I mean, how I just... Hmm, Claire de Crimson. Here. Let me try a version that can serve as an intro for the whole piece. Tell me when we're good. Okay. We're good. Two weeks ago, a young woman was found wandering, barefoot, pregnant and alone, on a barren stretch of highway, 100 miles from near... What is that now, man? What is that now? What is that now? What? What20! Hast du's gesehen? What a nice intro, whereas... It's already a nice intro, an yeah? Why? What? My. ственns. Und fängt das echt in so einem Scheiß an, Alter. Ähm, an alle, die grad da sind, passt der Ton so? Äh, ich mach bei mir nochmal einen Tick lauter. Also ich find's, ist okay. Aber, äh, passt schon. Zwecks Ton. Okay. Junge, ey, wenn ich hier schon lauf, was ist denn das? Was ist das für ein Anfang? Da ist dunkel? Nee, das kannst du doch nicht machen. Das kannst du doch echt nicht machen. Nee, ohne Witz, ne? Hab ich eine Gänsehaut gerade, ne? Ich schwöre, mir hat sich gerade alles aufgestellt. Jessica. Sie scheint sehr nett zu sein. Aber der in der Mitte ist sehr, sehr creepy, ne? Schau mal in der Mitte der an. Der ist echt creepy. Oh. Haben wir da was mitnehmen? Nee. Ich hab eigentlich gar keinen Bock, jetzt hier weiterzulaufen, ne? Hast du's gehört? Hey. 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 Wissen Sie, wo der Mathe-Kurs beginnt? Ich soll da Nachhilfe bekommen. Hallo. Oder der Englisch-Kurs? Ich bin hier neu. Ich will das nicht, ne? Wir sind nicht alleine hier. Bruder. Was war denn das jetzt, Alter? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war jetzt... Okay, aber es war noch nicht scary. Eigentlich passt es mir hier. Ich will das nicht wegdrücken. Also eigentlich... Ich... Ich leg gut. Eigentlich ist mir gut. Richtig ist, meine Kamera geht. Scheiß auf Heli. Hey, wie soll ich da was lesen? Finde Lin. Okay. Ah, ich kann Aufnahmen ansehen. Wow. Uh. Ui. 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 Alter, was ist mit dir im Kopf los? Schau mal an, Alter. Hä? Hä? Das ist ja... Okay. Das ist ja voll cool, ey. Oh. So geht es? Okay. Wenn nicht Batterie. Wie kann ich jetzt ein Nachtsichtmonat? Horus aktivieren? Geht gar nicht, oder was? Ich kann doch da jetzt nicht drunter springen, oder? Äh? Auch da wahrscheinlich, oder? Die Back funktioniert. Ich mache hier mal ein Video noch. Warte. Okay. Haben wir. Oh. Oh, der sieht gut aus. Der hat ein gutes Objektiv. Aber ich würde gerne wissen, ob man hier ein Nachtsicht-RG machen kann. Junge, ist das strange, ey. Ohne Witz, ne? Also die... Ich habe das halt noch nie gespielt, ne, Freunde. Das Zweier. Eins haben wir gespielt, aber zwei. Okay. Automatisch aufgenommen, wenn die Kamera aktiv ist. Okay. Wenn das rechte Blink, heißt das Ziel, ob das eigenes aufgenommen wird. Muss aber über längere Zeit, um das eigenes zielen, um dann den Rotenkreis aufzunehmen. Okay. Ah, den Roten Kreis. Okay. Oh, nein, wie professionell. Hä? Digga, da haben wir doch mal jetzt reingepasst, so klein das ist. Schalte bei aktiver, kann man die F im Dunkeln besser zu sehen. Okay. Oh, nicer, nicer. Sehr schön. Ist unser Pilot? Hä, wer war'n das jetzt? Pilot. Ach, das ist der Pilot, ne? Krass. Vor allem, wie schnell das ging. Boah, ich finde, meine Aufnahmen sind professionell. Also, ich kann's nix sagen. Oh, ja. Ich hab echt wenig Akku. Alt. Okay. Und warum will ich das? Oh, Mann, ich hab's nicht mal... Nachladen. Nachladen. Oh Gott, ey, ich hab... Also, wenn ich sowas schon seh, ne? Okay, sehr schön. Okay, sehr gut. Gleich anschauen. Da hinten ist auch was, ne? Schau mal, habt ihr das gesehen? Da hinten. So ein Kirchturm und so. Sehr schön. Aber ich würd mich jetzt... Also, mich interessiert eher, wo meine... Wollende ist. Und drüber hinweg zu springen. Ist da jemand? Ne, ist ein Kaktus. Da ist Licht. Ist nicht gut. Echt nicht gut. Ich will eigentlich nicht weitermachen. Vielleicht von dieser Seite aus. Weißt du, wie creepy das wär, wenn da jetzt jemand schauen würde? Also, auf jeden Fall ist da was drin. In den Ausstattungen und so. Aber stell dir vor, da würde einer so am Fenster sein. Stell dir das mal vor. Okay, wir gehen weiter. Da ist jemand. Da ist jemand. Da ist jemand. Die Leiche ist frisch. Das ist einfach passiert. So, meine liebe süße Elli. Servus, Lizard und Servus, Cobra nochmal. Ich kann nicht ertragen, was ich tat. Noch will ich bei unserem kleinen Prenzern. Ich hoffe, du vergibst, dass ich verlassen habe, wie auch Gott mir dieser letzte Sünde vergebe. Bla, bla 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 Ich hasse Spiele, wo du die nicht wehren kannst Gott, alter, der hat getreten Der hat getreten Der hat getreten Ich glaub ich geh einfach weiter, ne, also Ich hab eh keine Chance wahrscheinlich, oder? Alter Falter Alter Falter Das ist ein Maul, alter Das kann doch nicht dein Ernst sein Das ist so ne Batterie, ne? Wär schon geil Also Nice, ich kann mich verstecken Sonst schnapp ich mir Crimson Ja, ja, ja Na, na Okay, wir können uns verstecken Hallo Steuereintreibung Digga, was ist denn das für einer? Hast du dich hier im Schrank versteckt? Ach so Kep 필요 Wah, oder? Ruh Okay Dah Ready D Soph Super Das ist Abschander shutting